Servus! Lange keinen Cargo Falls Newsflash mehr gesehen? Liegt wohl daran, dass wir gerade intensiv an einem aufwendigen Projekt für die europäische Logistik und Transportwirtschaft arbeiten. Solltest du mehr darüber erfahren wollen, solltest du uns auf unseren Social Media Kanälen folgen. Dort wird alles veröffentlicht, sobald die Zeit gekommen ist. Links findest du in der Videobeschreibung. Nun aber zurück zum Newsflash. Wir wollen dieses Format nicht aufgeben, auch wenn unser YouTube-Kanal nicht gerade wegen zu vieler Follower aus den Nähten platzt. Aber es wird in den nächsten Monaten eben etwas weniger sein, zumal wir auch nicht jedes Video mit den Themen Fahrer- und Parkplatzmangel titeln wollen. Also weniger, dafür bunter. Außerdem werden wir weiterhin Reportagen und Unterhaltung bringen. Also nun gerne kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren, damit du keines unserer Videos verpasst.